Musik Es ist eine Mischung aus Kinderträumen, die wahr werden, aus Kindheitserinnerungen, gemischt mit der Gegenwart und mit wunderbaren Zukunftsvisionen. Musik Die Leute brauchen zwei Stunden, wo sie träumen können, wo sie einfach entspannen und abschalten können. Und das ist im Zirkus. Musik Das war aus einem Guss und muss man gesehen haben. Mir hat am besten gefallen, wie dieser Mensch sich so bewegt hat. Musik Es war wirklich grandios. Wir sind da total eingetaucht. In die Magie des Zirkus haben wir uns zurückversetzt gefühlt, in unsere Kinder. Musik Musik Unfassbar. Es war wirklich unfassbar. Ein großes Kompliment. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020